Das ist keine Ausrede, der macht wenigstens bis morgens um 6. Herr König, heute Morgen ist wieder was passiert. Die SMG ist mir vor die Füße gesprungen und abgehauen. Den Jan Müller anrufen. Bruder, willst du mich fassen? Äh. Ähm. Was? 111, 10, 20, 11. Das ist, ich nehm fünfmal gebratene Hähnchenspieße. Also dieses Jack, äh, Jack-Schinken. Jack, Jack-Schinken, ja. Ja. Fast richtig, ne? Und dann nehm ich, ähm, Shep-Wary-Stats-Pie, auch nochmal fünfmal. Shepards-Pie. Genau. Ja. Also, ich muss mal ne Akte von dir lesen, das ist ja ein Abenteuer, ne? Dann nehm ich, dann nehm ich zehnmal den Eistee für sich. Hallo, ich spreche nur mit dem automatischen Anrufbeantforderer von Tyler Manson-Johnson. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Piep. Hi, äh, Tyler, du hör mal, ich hab schon, ich hab schon probiert, Ava anzurufen, ähm. Ich hab ja, hab ja einen Kollegen, den, den Mario Bär, der möchte gern ein Fahrzeug bei euch abholen, ähm. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, ob da vielleicht von euch jemand vor Ort ist, aber ihr seid ja anscheinend nicht da. Ja, gut, dann, ich versuch's später nochmal, ne? PS, Mario Bär würde sicherlich auch ein lecker Trinkgeld springen lassen, wenn jemand gleich zufälligerweise am PDM steht, ne? Ciao. Sorry, Mario, auch der ist nicht da. Stopp. Oh, Mennu. Ich glaub, die sind gerade mit Familienplanung beschäftigt. Achso, ne, okay, das ist doch irgendwie was anderes, ne? Ja, so geht das. Irgend so ein Schwachse kommt da rein. Er fährt der Streifenwagen weiter, ja? Der Baum sagt, ich kann fahren, ja? Fahren, ja? Die Ampel kippt um, ja? Die Ampel geht zu Fuß rüber in den Zepa-Streifen, ja? Zepa-Streifen, ja? Treib... ...person auf einer Streife... ...fahren durch die Stadt, jetzt hier... Da oben stehen Leute... ... маленьte empleen... ...und sie winkten... ...und zu. Das PD-Auto fuhr, das PD-Auto fuhr, tötötötötötötötöt... ... Boah der wieder in westlicher Seite. Wie wieder in westlicher Seite. Uuuuh. Uuuuh. Ah fuck. Oh. Oh. Das nervig ist. Klick 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 klick. Könntest du das noch ein bisschen weiter außer Takt machen? Was würde? Das klick 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 klick. Würde ich noch mehr enjoyen also. Klick 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 klick. Musik aus ja. Haben sie mich verstanden? Ich rasch aus alter ich rasch komplett aus. Hör ich noch einmal Musik. Ja und was willst du machen? Die Musik bleibt jetzt aus. Und Handy ist auch weg. Sie können keine Musik mehr spielen. Hey okay. Boah. Wo ist denn jetzt Tech? Ich glaube in der Waffenkammer schlafen oder? Ja er schläft hier. Er schläft hier in der Waffenkammer. Okay. Aber nicht so laut schnarchen hier ne? Kröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Blacky, wo bist du? Ja, mein Schatzi, ich bin hier. Ja, wo hier? Ja, hier! Ja, wo hier? Ja, neben dir. Ich sehe keine hässlichen Menschen. Ja, auf geht's. Sehr leise. Aber den Temperaturen vorallem, ja. So, wir fahren jetzt den 2, sagst du, ja? Ja, jetzt bin ich auch auf dein komisches Tier gespannt. Ach, das komische Tier, warte, weil ich mir das hier in der Tasche... Ja. Joe Martinez! Joe Martinez! Den nehmen Sie sich! Den nehmen Sie sich! Ich raste hier aus! Ich raste hier aus! Das geht mir hier zu weit, wir fahren jetzt den 2! Das geht mir hier zu weit, wir fahren jetzt den 2! Fahr los, fahr los. Ich habe eine Frage, warum besitzt du eigentlich ein Selbsthilfebuch für Frauen? Ja, sag mal, warum hast du das? Warum steht da so ein gewippnet Joe Black? Den besten Fahrer für 20 Spuren gleichzeitig zum Wenden nutzen von ganz Deutschland aus. Richtung Osten wieder Richtung Stadtpark. Im Gegenverkehr. Weiter in den Gegenverkehr. Ja, da oben kommt der, genau. Oh, stopp, stopp! Ja, raus mit dem Schlauch! Ah, war doch Spaß! Ziehn raus! Ich bin doch nicht blöd. Das ist komisch. Nicht so blöd jedenfalls. Ziehn raus! Gott, weg! Oh, Mann, ey! Ziehn raus! Der Fuji schluckt sonst zu viel. Der Big is one to do!